hallo meine freunde willkommen zurück nachdem wir bald fertig sind ist das nächste was wir angehen satisfactory und entschroudet hier wir bereiten uns auf die dritte krypto vor das problem ist ich werde sie da bin ich mir ziemlich sicher alleine nicht packen es wird wahrscheinlich nicht funktionieren da bin ich mir ziemlich sicher das heißt ich muss mir etwas überlegen das will der holz schatten immer fällen das heißt ich muss mir was überlegen dabei schaut so aus wie alter so aus wie ich nehme mal besseres gier versuch da rein zu gehen mit besseren pfeilen besserem gier und wird wahrscheinlich dort sage ich gleich das öfteren drauf gehen aber in dem part hier gehen wir noch mal in die alten krypto und ich brauche noch ich teste erst einmal mir erst mal pfeile und zweitens brauche ich unbedingt noch dieses komische grüne diamanten 244 dass ich mir den schlüssel für die letzte krypto herstellen kann dann brauche ich eventuell unterstützung von jemanden ich habe sie schon oft erwähnt ich erwähne es ja noch mal es kommen so viele spiele jetzt raus das ist einfach nur wahnsinnig was da jetzt kommt irgendwie es hat ja mal geheißen es gibt eine der survival markt ist gesättigt kann ich mir vorstellen was sie meinen aber wenn ich mir anschaue das trotzdem normales erscheint und spielt wird auch finde ich es ehrlich so übertrieben reisen erz aber es stimmt schon was sie sagen es ist schon es ist schon ziemlich viel derzeit verfügbaren zu wagen es kommen auch immer mehr eisenbahn fehlt die kohle er 10 bahn riecht daraus für die besten pfeile wäre das möglich jetzt brauchen wir die kohle wo hatten wir den eisen abgebaut in welchem gebiet die ütland warte wir werden aber ich papa kurz hierher da gibt es immer ein schönes item hier gibt es eine kiste die random immer wieder mit einem anderen ding voll ist ein paladinhelm 24 24 24 42 28 nimmer das ist ja auch so so eine sache immer hier mit dem das zeug immer kann das hier fahren wenn jetzt mal einloggen ist das wieder neu da soja das spiel idee so wir könnten jetzt noch mal schauen während das herstellt mal schauen was das ist für die anderen mitspieler nur keiner da ist es egal ist es jetzt um mehr als mal oder was soll das jetzt sein der typ ist nicht nur ein sack der typ ist ein gift sagt wenn ich mich erinnere war da hinten nirgendwo heisen normal Morales bei den Gegners Umgebung da habe ich mir schon da ist er schon ziemlich aufs Malte und worden und ich darum bin wenn ich mich das richtige erinnere Sonnentempel Sonnentempel du scheiße der hat rein das habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt so nicht erwartet dass der so reinhaut der tut mich aber ich habe auch keine Pfeile mitgebt aber ich wollte die besseren Pfeile haben aber ich wollte die besseren Pfeile haben gehen wir noch mal dahin holen uns die Leiche Bist du fertig oder wie rott der so rein Wie gesagt das ist so ein Vorbereitungspaar hat für den Schlüssel für die nächsten Ding ich komme anders ich komme anders nicht vorangeht ich muss das jetzt so machen wenn wir hier die fossilen Pfeile machen wollen so dass ich mal ein paar habe na genau passt na genau passt ein natürlich ein ich ich So, jetzt muss man auch schauen, dass ich wieder genug Klumpen mit habe. Damit meine ich jetzt Bandagen und das werde ich Tonnen brauchen im Jahr. Eigentlich will ich ja nur Eisen haben. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist eine wunderbare Umgebung, die ich jetzt gar nicht erkunden will. Ich suche da eigentlich nur Eisen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Wo bin ich jetzt wieder? Wenn irgendwie ist das schon witziger war. Was ist denn das hier? Was ist das hier? Was ist denn das hier? Da bin ich komplett depper, wo bin ich denn da reinkommen? Was ist denn das hier? Da bin ich wirklich doof. Wäre jetzt nicht zu schön gewesen. So, nach einer kleinen Tour wegen Eisenschauen. Ein paar Mal sterben in dem Ding. Ich habe die Kuppenmine wieder gefunden. Aber das war, da bin ich jetzt zwei, drei Mal drauf gegangen. Das ist mal und einmal abgestürzt in so einem nicht begehbares Niasma. Das ist mir jetzt ein bisschen zu anstrengend gewesen. Vor allem, weil ich ja Eisen habe. Es wäre nur Reserve gewesen und zum Schauen, ob ich die Miene noch finde. Jetzt habe ich mich geärgert, dass ich sie nicht gefunden habe. Jetzt habe ich sie wieder gefunden. Jetzt hat es mich geärgert, weil jetzt weiß ich wieder, warum sie scheiße war. Das macht aber nichts. So. Wir tun uns jetzt hier einfach vorbereiten für die nächste... Für den Dungeon. Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass wir das nicht schaffen werden. Aber wir müssen nochmal in den anderen Dungeon rein. Das müssen wir deswegen, weil uns fehlen noch Sachen. Uns fehlen diese grünen Teile noch was. Die werden wir sich heute zusammenfarmen. Dann werden wir in diesen beschissenen wieder reingehen. Magikettenblitz. Ich sollte manchmal mal so einen Stab mitnehmen. Mal schauen, was der kann. Und wenn jeder, der mein Gameplay hier bis jetzt gesehen hat und wie ich spiele, ich bin kein Fan von dieser... Oh Gott, diesen Klumpeter. Mag das eigentlich sogar gar nicht, wenn man es genau nimmt. Da war doch irgendwo so eine komische Bombe drin. Der Hammer ist nicht schlecht. Das ist aber ein Zweihandding. Ich mag die Zweihand nicht. Parieren kann man damit zwar auch, ja. Aber ich habe lieber mein Schwert und mein Ding in der Hand. Da habe ich mir jetzt letztens angeschaut, dass das gar nicht so mies ist. Giftet Eisenpfeil, ne Marmit. Da können wir jetzt ja wirklich alles mitnehmen, was wir noch irgendwo in petto haben. Ja, jetzt wirklich mal die Frage, ob ich so irgendwas vielleicht wirklich mal weg habe. Das ist... Oder war das das Eisen was fertiger? Das ist der Beschwörungsstab. Ich habe ja glaube ich keinen... Zauberstab. Ne, das ist ein normaler Stab. Ich habe glaube ich keinen Zauberstab. Gut, ich richte mich noch mit Pfeilen her und dann machen wir es sicher am Weg. Gut, Leute. Jetzt geht es los. Wir haben jetzt draufgekommen, wir brauchen ja den Ektoplasma. Brauchen wir für die Schlüssel. Das war eigentlich unser Hauptziel gerade. Wir haben jetzt einige Pfeilchen. Warte mal. Ja. Wir können hier jetzt ein paar Pfeilchen. noch herstellen. Ein paar bessere. Essen hauen wir sich rein. Und dann düsen wir ab. Wir können hier nämlich dann schon ziemlich gute Pfeile machen. 100 gute. Weniger. Und da auch 50 fossilen Dinger kriegen wir leichter zusammen. Wir haben das Schwert hier upgraded. Wir haben das leuchtig Schwert mit. Und wir werden jetzt versuchen wieder zu dem Ding hinzukommen. Das wäre hier. Wegpunkt. Das Ding ist das. Ich habe dort keinen Teleporter gesetzt. Wir brauchen dieses Ektoplasma und das kriege ich auch aus anderen Sachen. Da brauche ich eigentlich nicht direkt. Unbedingt jetzt so das so machen. Aber. Wir müssen dann leider eine Weile hinlaufen, dann setzen wir einen Teleporter ab. Und dann werden wir rund um die Welt, was hier ist, ein paar auch wieder abreißen. Wir haben jetzt schon mehr rein gemacht überall. Jetzt habe ich schon mal, ich habe es ja jetzt gerade auch hin gebracht mit dem Hochfliegen, da war. Ja. Letztes Mal bin ich hier auch durch die Kupfermine gegangen. Die Kupfermine gegangen ist vorbei. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Fuck! So viel einfacher. Ich bin da letztens irgendwie... Ich bin letztens irgendwie da raufgeklettert. Ah, hier. Geh bitte, das ist so eine Scheiße. Vor allem, weil das nicht... Weil das so von Paul wird gewohnt und vor allem, dass man klettern kann. Auch in Nightingale. Und jetzt geht da mit dem Klettern da gar nichts. Das Fliegen, finde ich, reagiert nach wie vor sehr langsam. Wenn man eine Gleiter wegpackt, kann man ihn nicht gleich wieder auspacken. Ja, muss man nicht, aber... Muss man nicht können. Wäre aber schön. Wo waren wir da? Andere Seite darüber. Ja. 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 ich glaube nicht der zweite war schon ziemlich schwer und deswegen glaube ich nicht dass ich den packen wird aber ich werde es versuchen so altar acht jetzt muss ich an der preis wir brauchen noch mindestens 34 ektoplasma und so machen wir mal die tür auf ich weiß nicht ob die bei jedem mal er heilen noch ja danke ob die bei jedem mal ich muss essen ja auch noch vergessen so jetzt mein essen und alles mit ich weiß nicht ob die jedes mal resetten das ist glaube ich der schwerere dungeon das werden wir aber gleich wissen fassiler pfeil nehmen wir den meinst heiltrank oder meinst irgendwelche anderen tränke ja ich habe heiltränke ich habe einen heiltrank mit der ist noch nicht der ist noch nicht bis in die leiste gewandert ich habe auch hier die kleinen tränke von früher mit die wollte ich mir jetzt auch nacheinander eigentlich mal rein pfeifen aber ehrlich gesagt nur deswegen weil ich es loswerden will so guten morgen dann Und dann haben wir schon Ektoplasma-Fragmente. Aber ich wüsste jetzt nur gern, muss ich kurz schauen, was ich da jetzt wirklich davon braucht habe. Eigentlich Sammler. Ektoplasma-Fragmente, ja. Brauchen wir. Nein, ich spiele Magie nicht. Eigentlich spiele ich nicht. Ich habe mir Magie noch nie gespielt. Ich finde sie einfach... Ich finde das einfach nicht fair, dass Nahkampf so benachteiligt ist eigentlich... Da musst du schon in Nahkampf und alles und trotzdem machst du so wenig Schaden. Mit zwei Pfeile ist der Gegner weg und mit dem Schwert brauche ich 20 Schläge. Ich habe nicht mal einen Magiestab. Ich habe den nie mitgenommen oder weggeschmissen. Einfach nur, weil ich es nicht nehmen wollte. Aber ich werde wahrscheinlich nicht rundum kommen, wenn ich da alleine in die Dungeons rumrenne. Ich habe die jetzt im Nahkampf gemacht und mit Bogen. Aber ich werde da nicht rundum kommen. Aber ich versuche halt möglichst ohne Magie auszukommen. Weil ich... Ich weiß nicht. In Valheim spiele ich es gerne, aber ich wollte es hier nicht. Ich fand hier den Fernkampf und den Nahkampf Gameplay mäßig recht gut. Ich finde das schön. Es liegt gut auf der Hand. Ich spiele es gern. Es ist ja nur schade, dass ich so benachteiligt bin mit dem Damage, ja. Aber hey. Einfach kann jeder. Wie gesagt, ich brauche Ektoplasma. Mein Problem ist ja, dass die Dungeons wunderschön designt beim Freund. Aber, dass sie so verschachtelt sind, teilweise weiß ich nicht, wo ich da hin soll. Und deswegen wollte ich mal versuchen, was diese Miasma-Bomben hier pfeilen hier an denen, ob die was ausrichten an denen. Ja, sie richten was aus. Ziemlich viel Widerstand. Was mir ein bisschen hilft. Ich habe jetzt den zweiten Ring mit Lifesteal. Das heißt, wenn ich viele Gegner treffe, geht das eigentlich sogar. Den habe ich irgendwo gefunden. Der ist... 6% Lebensraubchance. 6% Lebensraubchance. 6%. Wenn ich viele treffe und das progt irgendwie, dann geht das sogar. Aber es war... Ich bin in den Dungeons hier noch nie gestorben. Aber das war... Es war schon des Öfteren mehr als nur ein bisschen knapp. Und das ist der zweite von vier. Also den dritten möchte ich gar nicht lange die Gegner hier haben. Level... Was ist der? 15. Im ersten haben sie 10. Nein, das... Ich verstehe, warum du das gemacht hast, aber das mache ich als Grundprinzip nicht, weil ich immer Nahkämpfer war und bin in jedem Spiel. Ich weiß, was du meinst. Ich habe es auch in... Ich verteufel Magie nicht, ja. Aber ich... Wenn der Nahkampf hier liegt, ist es einfach saugeil, finde ich, auf der Hand und mit dem Schild, mit dem Blocken. Ich finde das gut. So spielt es sich gut. Und deswegen möchte ich es jetzt nicht einfach aufgeben. Nur weil der Entwickler meint, ja... Fick dich, Nahkampf. Macht noch mehr Spaß als Magie. Außerdem, ich habe aber nicht... Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe nicht mal einen Magierstab. Ich habe keinen. Ich habe diese Munition. Ich weiß gar nicht, wie die funktionieren. Ich habe die Munition damit. Ja, ja, na. Das war jetzt auch gar nicht irgendwie so entgegen gemeint, ja. Ich würde gern mehr Schaden machen und viel mehr Damage machen. Und deshalb ist die Magie wahrscheinlich der Weg zu gehen. Ich finde es nur... Auch wenn mir Nahkampf Spaß macht. Wie gesagt, ich werde da nicht rundum kommen. Ich habe in Valheim auch immer Nahkampf gespielt. Und früher oder später bin ich auf den Magierstab umgeschwenkt und er hat alles weggebombt, ne. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Ist das hier... Sind das hier Munitionen für... Für... Zauberstäbe? Weil der kleine Stab hier, der ist unendlich. Der ist nämlich unendlich, das weiß ich. Also sie haben Magie. Ich weiß nicht, ob das du seit einem Patch gespielt hast. Sie haben Magie genervt ein wenig. Und es ist auch das... Auch dieses Säure-Ding, was wir damals hier gespielt haben, noch der Terror, was alle... Was sogar Boss fast one-shotted hat. Da ist ein Fehler drin gewesen, dass sich irgendwie der Crit-Schaden über Crit über Crit irgendwie summiert hat und extrem hohen Schaden verursacht hat. Das ist nicht mehr drin. Das haben sie rausgenommen. Ich habe keine Ahnung, wie... Overpowered Magie jetzt noch ist, aber... Ey, ich muss meinem Bot mal was sagen. Mein Bot meinte gerade jetzt so, ob ich da eine Nachricht durchlassen will, da ein kleiner Stab... Er hat kleiner Stab bemängelt. Als ob kleiner Stab immer gleich ein Synonym für einen Schwanz ist. Echt jetzt. Das ist ja cool. Oh. Wie soll ich sagen? Meine Live-Gehenden füllen sich rum immer wieder gut. Also, wenn sie in das Spiel mehr Lifesteal einbauen. Naja, ja. Ist noch immer gefährlicher, weil ein Boss hittet einfach sehr hart. Aber wenn sie mehr Lifesteal einbauen würden, dann könnte ich mich sogar abfinden mit dem... mehr Lifesteal und... Ja. Meine Intention davon war halt immer, dass eigentlich Nahkampf mehr Damage machen müsste als Fernkampf oder Magier. Weil es auch viel gefährlicher ist, da im Nahkampf stehen. Wenn ich das Skelett im Fernkampf weghau, kriege ich kein Damage. Naja. Na ja. So. Jetzt schauen wir mal, was wir da jetzt rauskriegen. Ektoplasma-Fragment. Sehr schön. Woher? Warum? Ihr wart ja gerade alle nicht da. Das ist noch ein Spawner. Ach Gott. Geschreckt habe ich mich auch noch. Blödes Ding. Ja, den habe ich mit. Der hat mich letztens gerettet. Der kleine Stab. Ich war beim Boss hier in der zweiten Uni. Nach eineinhalb Stunden. So weit werden wir heute nicht gehen. Ich hole nur Ektoplasma. Und der hat sich verpackt. Und ich habe in Nahkampf wollte ich nicht. Ich habe Angst gehabt vor dem. Und der hat sich aber an der Wand verpackt. Nicht vorhin in der Klippe runtergerutscht. Und ich wollte für den schießen. Ich hatte nur den kleinen Stab mehr gehabt. Pfeile waren aus. Munition aus. Alles aus. Nur mal den kleinen Stab. Und der hat es dann rausgerissen. Aber da habe ich nahe ran müssen. Das ist sogar im letzten Video zu entschraudet. Das ist am Schluss drin. Das war wirklich verdammt. Da bin ich runtergerutscht. Stehe vorne. Da steht so ein Hochhaus vom Boss vor mir. Und hängt dann so an einer kleinen Kante fest. Schlägt in meine Richtung. Trifft mich aber nicht. Und ich stehe so mit meinem Mini-Zahnstocher da. Und schieße so meine kleinen Glühwürmchen auf ihn. Das hat recht witzig ausgeschaut. 40. Das haben wir schon eigentlich. Wir haben 66 gehabt. Wir brauchen 100. 34 würden reichen. Aber wir bauen ein bisschen mehr ab. Wir gehen da noch ein bisschen rein. Wir machen eh sonst nichts mehr heute. Außer hier vorbereiten auf die nächste Mini. Die Inis brauchen nämlich einen Schlüssel. Damit man rein kann. Damit man sie nach der Reihe durch kann. Ich meine. Für den zweiten Schlüssel. Oh ja, nein. Du musst es nach der Reihe machen. Du kriegst sonst. Ich habe jetzt den dritten Schlüssel ja auch noch kein Rezept dafür. Das kriegt man dann nach der nächsten wahrscheinlich. Das würde mich interessieren. Da kommt da auch was raus aus dem Zeug. Das leuchtet ja auch so komisch. Ich habe jetzt heute in Paul World auch den letzten Part gemacht. Jetzt bin ich Level 50. Alle Bosse gelegt. Jetzt warte ich da auch auf ein Ding. Jetzt kommen noch Satisfactory noch dran. Und dann werden wir wirklich mal. Ich würde so gern Astro Colony spielen. Ich würde so gern spielen. Aber nur weil es nicht urentspannend war. Das Problem ist, dass das sonst keiner hat. Und Koop dann nicht drin ist. Und alleine ist es dann auch wieder so. Dann ist das Problem, dass bald da ganze andere erscheinen. Ich würde auch so gern No Man's Sky spielen. Aber da weiß ich, gehen viele Stunden drauf. Sehr viele. Aber das lasse ich mir auf jeden Fall nicht nehmen. No Man's Sky hat jetzt wieder was Neues gekriegt. Aber ich möchte nicht wieder jetzt. Das einzige Grund, warum ich das mache. Ich möchte nicht jetzt wieder ein Projekt beginnen. Wenn jetzt bald ein paar neue kommen und ich die alten Neuen abgeschlossen habe. Ich will jetzt mal endlich fertig machen. Ich möchte das hier mit dem Patch fertig kriegen. Forever Skies hat heute, der aus der Beta raus den Final Patch kriegt. Für das Garden Update. Airgarden. Schaut auch sehr cool aus. Das werde ich auch mal spielen. Da weiß ich, das dauert nicht so lange. Das Spiel kenne ich. Da weiß ich, dass das mit dem jetzigen Content relativ schnell durch ist. Aber es sind so viele Sachen rund um. Valheim wird bald kommen. Muss ich ehrlich sagen, finde ich traurig. Valheim könnte man aber noch ein bisschen brauchen. Ich weiß nicht, wieso bin ich gerade voll nicht in Stimmung. Das ist doch viel platt. Das ist doch viel platt. Ist doch nicht normal so ein Träger hier. Cool. Also es fühlt sich schon so Diablo-mäßig an, wenn man alles kaputt machen kann. Alles kaputt machen, alles kaputt schlagen. Ist schon. Aber die Inni selbst hier muss man wirklich sagen, ich bin da jetzt nicht der Letzte, der gleich drauf loslobt. Kleine normale Sachen. Da kann ich nicht rein. Aber ich finde schon, dass sie das sehr schön gemacht hat. Die ist wirklich gut designed. Da ist etwas oben. Ah ja. Ja, diese Teile muss man immer suchen. Da braucht man alle davon. Dann geht eine Tür auf. Und ich sehe gerade, das waren nicht alle. Wie gesagt, das Ding hätten wir schon. Alles was wir brauchen, so hätten wir schon. Aber... Das ist das Schöne, dass sie mitten im Spiel... Ach Gott, dieses... Dieses Aufwählen ist sehr praktisch irgendwie. Aber ich habe jedes Mal das Problem, dass ich, wenn ich abbrechen will, der zweites Mal die Taste drücke und dann... Ah, das hinsen, Mann. Ah, das hinsen, Mann. Das coole ist ja, dass sie das alles, was sie alle das fallen lassen. Aber jetzt kommt so ein Reparaturtisch. Alle heiligen Zeiten. Schädelbombe finde ich cool. Los! Seht ihr, da weiß ich, was da unten auf mich zukommt. Mit der Waffe nicht mehr. Mit der hier. Haha. Und da war es letztens schon ziemlich heavy da unten. Ich weiß auch, warum es heavy war. Ich habe letztens nicht mitgekriegt, dass das hier Spawner sind. Ja, Spawner sind gegen Fernkampf wieder fast immun. Das war klar. Gut, da drüben ist wie auch einer. Gehen wir es an. Gehen wir es. da war noch mal mit die spawner ruhe ist letztes mal habe ich hier noch schwieriger mit dann die waffe hier ist gar nichts ist gar nicht so mies da war ja klar der schäfer kommt mit na aber nach sich so aus einloggen hat anscheinend das ding resettet eigentlich den habe ich aber irgendwie den gleichen und zuletzt das ist mir auch schon gehabt guckle 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 man muss das jetzt schon sagen es geht schon aber es ist natürlich ungleich riskant also bei wenigen und bei einem starken zum beispiel schaue ich immer in die röhre da geht nicht viel so was mache ich jetzt noch so was mache ich jetzt noch weil ich bin ich ja so weit durch was ich brauche wie gesagt ich wollte ja eigentlich nur die die also auch so viel von dem zeug das ectoplasma haben heute 1 2 1 die 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 Ah ja, ich bin ja von oben runtergekommen. Dann gehen wir mal hier. Na genau, da hat es dann angefangen, schwierig zu werden. Jetzt habe ich in dem einen Raum, urviele Abzweigungen, dann habe ich hier noch einmal. Da gibt es in der einen Seite gibt es schon noch Abzweigungen. Jetzt komme ich in einen Raum rein, die in die Abzweigung hat wieder zwei Abzweigungen. Aber ich finde es cool, dass hier mehr Jump'n'Run drin ist. Das war im letzten Mal nämlich nicht so. Vergassen. Letzte Inie hatte nicht so viel Jump'n'Run dabei. Das finde ich auch cool. So, jetzt nochmal den Gescheit. Tschuck. So, einmal Knopf hier gedrückt. Okay. Das wäre jetzt halt nicht die beste Idee gewesen. Okay. Letitte in mir. Yeah. So. Okay. 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 2 zweiter Seite, wie gesagt, ich schaue mich eigentlich nur mehr eigentlich bin ich da in der Hoffnung, dass ich noch irgendeine gute Waffe habe, was ich finde, das wäre cool ja genau, da bin ich jetzt, wo ich letztes Mal auch angestanden bin wo ich mir gedacht habe, geleckt mich am Arsch, jetzt bin ich da wieder in tausend verschiedene Richtungen und das den Gegner? Ja warum ich das gewusst habe, weil es sonst so easy wäre wow, ein bisschen mehr live leech, das ist immer cool was habe ich hier gekriegt jetzt so einen Zauberstab im Mittlerwettferner das seht ihr auch kann man gleich wieder zerlegen ja, ich bin auch links gegangen letztens aber viele von den Sachen haben dann eh wieder alle, alle aufs Gericht jetzt haben wir ich muss ja wirklich immer alles mitnehmen jetzt wo ich weiß, ob ich die Eckdurchsteine brauche, die habe ich sicher nicht zum letzten Mal gebraucht naja, lass mich raten, da wäre ich auf der anderen Seite gekommen jetzt sehen, die haben so ein lustiges Ding am Kopf was so viel heißt wie mich musst du töten sonst kommst du nicht rein kurz, das geht kurz, das geht jetzt wird es dann kritisch live technisch durchbruch, durchbruch weiter hängen hier fest doll ich stecke in die Säule ohne Scheiße, Leute, ich komme da nicht raus ohne Scheiße, Leute, ich komme da nicht raus aaaaaaah so, so gibt es irgendwas, was ich jetzt tun kann jetzt auch jetzt hier so sprung vorwärts decken oder so nicht wirklich, gell ähm sprinten geht nicht aus welcher Rolle macht er nicht was kann man auch machen was könnte man hier noch tun um da freizeit haben, irgendwas wo er sich bewegt dabei gibt es ja Emotes irgendwie oder so, wo er irgendwas macht wo er was machen kann oder irgendein ein gibt es ja ein freisetzen, einen Fehler melden haha, da geht oben jetzt ein Fenster auf das hilft mir jetzt viel ich kann eigentlich nur mal ausloggen und einloggen aber ich kann auch nicht wirklich jetzt wegporten hier ah, was was ist F1 Emote ja, ok ich teste das dann mal ja, ich habe die Barriere gelüftet ja, wie schön ja, ist ja alles tot nein, Escape hat mich erdrückt Escape ist hier ich finde, da gibt es keinen Anstag F1 ist auch kein Emote ich laufe jetzt nur mal geschwind rein schau, ob das jetzt resented ist ja, ok also Gegner stehen schon wieder hier ja, warte mal warte mal, dass die Gegner sehen muss ich da hinschauen haha, können alle da drin bleiben ich gehe wieder juhu ja, juhu ist ein super Mario-Line scheiße, wenn sie abheben gut haben wir das jetzt wenigstens hingebracht na, ist schon mal was ah, diese diese Ectoplast-Uteile hätten wir in der 1er-Innie auch gekriegt wenn ich nur den Boden abbauen muss ist das ja gar nicht so tragisch ah, es macht gar nichts und nein, in die Inis wenn man im normalen Tempo durchgeht gibt es natürlich auch ständig Reparatursachen also normal kann man dann es ist zwar knapp oft aber man kann dann schon noch reparieren hat jetzt nur so ausgeschaut wie wenn das jetzt irgendwie jawohl ja, manchmal schon also nicht für mich aber für auch manche direkt sicher ja, genau Nomadenschlüssel sehr schön so, somit haben wir den Nomadenschlüssel ich würde gerne ein paar von die Kamille anbauen Nachtbau bis hoffentlich morgen freut mich, dass du immer wieder vorbeischaust freut mich wirklich ist deinem so, was wollte ich hier essensmäßig machen vorher ja genau diese Schüssel hier die bringt ja wesentlich mehr bei den lila Bären dafür Bärenbüsch die Büsch bauen wir die Büsch an komm nix kann das hier einrasten gell schade, dass man das nicht einfach in die Breite ziehen kann das ist ein Bild so Ballum. Genau, wenn ich das gerne hätte. Honig brauche ich da auch dafür. Das ist natürlich jetzt mies, weil dann habe ich nicht Jucca-Frucht. Jucca? Kann ich Jucca anbauen? Machen die hier. Jucca-Setzling. Geht auch. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen hier Jucca. Das Honig ist ein bisschen weh. Holt man sich noch den Lehmklumpen? Wir haben noch 2-3 Minuten. Holt man sich den Lehmklumpen? Die war glaube ich hier. Ich glaube hier und dann nach unten einfach. Ja. Geilste Spot nach wie vor vorhanden. Das ist wirklich der mit Abstand geilste Spot, weil man einfach Ruhe hat. Also hier auf dem Felsforsprung, auf der Klippe, da kommt noch keiner. Man ist da, man kann abbauen. Und das Witzige an der Sache ist, es ist ja nicht mal wenig hier. Also hier, muss ich dir das Witzige anbauen. Und dann das Witzige anbauen. Ich glaube hier, so vor allem alles was nicht in meinem baukreis ist und ja auch wieder so das mal erledigt bienenstock bienenstock habe ich auch noch nie baut so nicht wo ein eingang wasser und zucker brauche ich für honig machen das nicht normal bienen menschen griechen zucker her zuckerrohr ich halte regelmäßig honig und wachsvorsitz merke ich mir regelmäßig was produziert habe ich hier nicht irgendwo zuckerrohr gehabt rohrzucker zucker ich bin frei ich bin zu kaffee ich sage das nur so übrigens also ich habe nichts gegen zucker habe ich gegen alles auf dieser welt ja okay gegen tomaten schon ging sonst habe ich gegen nichts was weil ich bin der meinung jetzt vom essen und vor allem her man sollte immer mischung aus allem und einseitig es ist nie gut egal welche richtung fett haben nicht nur fett haben nicht gut nur fertig nicht gut es ist alles immer jetzt ist das meiste wer also grundlegend mal überhaupt kein problem für die menschheit wenn man sich immer übertreiben würde ich bin selber ein mensch das gerne vertreibt früher ganz extrem mittlerweile ein bisserl darüber nachgedacht also hat im endeffekt auch lange dort aber im prinzip gute mischung aus allem mit mit die wem umbringen das hat schon hin so der macht jetzt honig popcorn ich habe kein mess oder popcorn brauche ich nicht auszurecken das brauche ich kamille brauche ich nicht bin blöd das hier ja genau honig erdbeeren die beeren und yucca ja ja das heißt wir brauchen und rauhrzucker und 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 was sandeste wasser für yucca und es ist der kann auch immer haben kalt stein kann auch haben wenn er will schott barm boden der könnte eigentlich wahnsinn sind ich finde die menü sehr schön wenn man das so teilen kann alles aber es ist halt alles andere als finde ich als alles schnell wenn man so wenn wir jeden knopf drückt immer macht ein menü aufgeht ist das immer so eine sache er macht yucca und da kommen eckbären was soll man das fertig machen jetzt ja schon gut aus das haltet ja eh lang das essen hält ja dann 45 minuten das was ich hier mache glaube ich ja da das ist ja dann eh schon zwei essen reichen da eh für ein ganz ding aber ich will halt mehr haben gut leute mit blick hier auf mein bet sage ich mal danke fürs zuschauen das war eine vorbereitung auf die dritte instanz wir werden dann morgen übermorgen in die dritte rein rauben ähm es wird ein gewalbe und ich werde sterben ganz oft außer es kommt wer und hilft schauen wir ob der terrorzeit hat oder der tom vielleicht und ja ansonsten danke bis zum nächsten mal ich beende hier auch gleich twitch es ist eins das war's also youtube twitch wir sehen uns beim nächsten mal abon argument oh mein knopf muss ich immer drücken ja den scheiß knopf sogar gekauft damit hat wer gemacht für mich also für ein paar euro ich glaube was kostet das 5 euro 10 euro kostet so ein ding habe ich es doch extra machen lassen und bin es blöd dass ich den scheiß knopf drücke ich sollte einen timer einbauen ne mach ich nicht bis zum nächsten mal adios und ciao